Liebe Leute, die Lage ist ernst. Wir sehen, dass Nazis, dass Rechtsextreme, dass Faschisten sich aufmachen, dass sie Pläne schmieden, wie sie dieses Land verändern wollen. Dass nicht erst seit gestern, sondern schon seit sehr langer Zeit, dass sie sich stärker fühlen, dass sie versuchen, mehr Raum in dieser Gesellschaft auch einzunehmen. Und das sind keine Bürgerlichen, das sind keine Konservativen, das sind keine Spinner, sondern das sind knallharte Rechtsextreme, das sind Nazis, das sind Menschen, die ein anderes Land wollen. Die wollen, dass diese Gesellschaft ganz anders aussieht, als es heute der Fall ist. Die spalten wollen, dass in diesem Land gegeneinander und nicht miteinander herrschen. Und das ist unsere Aufgabe, das ernst zu nehmen, sich dagegen zu stellen, ernst zu nehmen, wenn der Verfassungsschutz und andere öffentlich äußern, dass unsere Demokratie in Gefahr gerät, wenn wir doch alle die Wahrnehmung haben, dass etwas ins Rutschen kommt. Wir tragen Verantwortung dafür, dass das nicht passiert und dass man sich diesen Menschen entgegenstellt. Und deswegen sehr klar, wenn ihr mitkriegt, dass in eurem Umfeld Menschen anfangen, rechtsextrem zu reden, zu handeln, zu denken, dann setzt ein Stoppschild, konfrontiert sie damit und haltet dagegen. Das Zweite, wenn ihr mitbekommt, dass Menschen in eurem Umfeld, weil sie eine andere Hautfarbe, eine andere Religion, weil sie eine andere politische Ausrichtung, weil sie anders lieben, wenn sie auf Grundlage dieser Dinge oder aus anderen Gründen von Rechtsextremen attackiert werden, angegriffen werden, verbal auseinandergenommen werden, dann geht dazwischen und stellt euch schützend vor diese Menschen. Wir sind eine Gesellschaft und wir dürfen nicht zulassen, dass in dieser Gesellschaft wieder sortiert wird. Und das Dritte auch, schließt euch den an, die dafür kämpfen, dass die Gesellschaft zusammenbleibt, dass Brücken gebaut werden, dass wir eine starke demokratische Mitte haben. Also helft mit, dass die Faschisten, die Rechtsextremen, die Nazis dieses Land nicht verändern. Helft mit, dass die nicht erfolgreich sind. Lasst uns dafür sorgen, dass die Falschen in diesem Land kein Zentimeter mehr Macht und Einfluss bekommen.